10 Goldgräber 10 Goldgräber 10 Goldgräber lassen auf der Latrine Einer hat sich angeschissen Hatte flotte Wiene Wir sind Krieger in so einer Paralympus, ja total schwule. Aber vielleicht spielt man den Krieger heutzutage auch so, weiß man nicht. Boah, gleich viel zahlen. Haarig, ne? Scheiße ist so hart gesagt. Die Kinder nicht spielen. Haha. Jetzt kriegen wir irgendwie ein paar nur gebunden. Gebunden. Gezogen. Ne. Schau mal nicht. Wir sind die neuen Rekruten. Nach denen ihr gerufen habt. Schau mal nicht. Oder spielst du nebenbei noch andere Spiele? Du kommst mir mal nicht mal vor. Ach shit. Oh Mann, wie hängen die unter mal fest? Ich häng in jedem Spiel fest. Mal aufgefallen, wie oft ich mit dem Panzer festgehangen bin. Ja. Du hast ein bisschen gebaut. Das heißt, es war gar nicht so schlecht. Ne, ich war mir nicht ganz sicher. Ich muss ja halt überlegen, wie es wirklich heißt. Und sie dann zweimal anhören. Und dann, äh, darüber zu richten. Weißt du, so richten auch noch eine Compilation von den Urteilen. Das ist ein bisschen guter. All right, Scheidek. Aber das ist ja am Anfang aus eigentlich auch noch überhaupt nicht auf die Rollenverteilung versteift, ne? Ja, glaub ich ja. Braucht flexible Armeen. Und wir sollten uns erstmal beide auf einen Punkt konzentrieren, auf einen Checkpoint-Ding. Besten auf der Mitte, dass man da einmal besser ausweichen kann. Ja. Dann sorgt man damit für die Verteidigung auch später schon, für Spälerfunger. Wenn man so einen Sichtkegel sag ich mal hat, die müssen es umgehen. Schweda. Kannst denn immer noch auf Panzerwürfe schmallen? Haha. Vielleicht sollten wir doch trotzdem auf der 101-Kader ein paar Panzer gegeneinander ausprobieren. Vielleicht sogar auch für Infanterism und Opa Super-mäßig bestärkert sind. Und man kann testen, ob es sich lohnt, auf den Sturmtiger zu sparen. Ich versuche immer was. Oh. 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 Die Schlafen auch noch töten oder überspringen? Erfahrung haben wir genug. Erfahrung an sich kann man nie genug haben. Ich bin ein Schlafen. Ich bin ein Schlafen. Ach ja, warum ist der hier? Ich kann nicht die Schlafen weg. Ich bin ein Schlafen weg. Ich bin ein Schlafen weg. Ich bin ein Schlafen gelandet. Ich bin ein Schlafen. Das war's für heute. Jep, schau ich jetzt wieder, wassit wassit auf diese dinger da achten was auf dem boden liegen jup bettelt um euer erbärmliches Leben bettelt um euer erbärmliches Leben bettelt er die nicht eigentlich auch ja eh na n komm 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 Oh Gott. Hm hm hm. Magier mit Schwertern sind eigentlich außer. Ich weiß echt nicht, you guys. Hast du Bubble eingesetzt? Ne, warum soll ich? Ich weiß nicht, wer das hier in so einem D war. Nein, hab ich nicht eingesetzt. Holy shit! Oh shit! Oh shit! Immer nach vorne und niemals zurück. Oh, die bouncen so relativ, I guess. Was ist das? Sogar ist gut, als wenn sie eine Realität aufbauen. Oh shit! Ach du Scheiße! Oh, hallo! Ich hab einen Horizont nach irgendeiner Gefahr gesucht. Ich hab keinen gefunden. Und eigentlich auch so durch. Wenn's niemand for crap, kann man das. Wer sollst du nie for crap? Du hast plötzlich irgendwie so einen Lautstärkeboost bekommen. Ich? Ich? Mhm. Wie kommt das denn? Hier sind Jokers von dir? Das ist kein Jokers. So hab ich's überhaupt nicht, Junge. Aber es war die Melodie. Okay, ich wollte mich ja nicht im Film nennen. Also die Melodie. Weil 6,3 km. Ich bin nicht leider, Junge. Das stimmt aber nicht. Du hast vielleicht nur irgendwie dein Headset lauter gemacht. Das stimmt. Das ist wahrscheinlicher, als dass ich lauter geworden bin. Oder die Realität. Ich hätte den Scheiß zurück und Wahrscheinlichkeit. Ist einfach so. Ja, das hat mich die Realität gelernt. Und dich hättest du eigentlich auch zu uns lernen. Lehren. Lehren. Hab ich gesagt. Lernen hast du gesagt. Mhm. Doch. Nein, ich hab's auf Video. Ich hab's auf Video. Ich hab's auf einem Auto.